Wir sind hier in Etel Retor, das ist hier der Turm, der da in Desolage und hier steht eine Agentumdämmerung. Die Burning Blade in der Festung Thunder X im Osten sollen gerüchten zufolge, dass es ist im Besitz eines Seers der Burning Blade, der das Zepter in einem der Wachtürme von Thunder X studiert, besorgt das Zepter des Lichts und bringt es zurück zu Azor Aldamort am Turm in Etel Retor. Und dann, soweit sind wir ja nicht entfernt von denen. In einem der Wachtürme. Das hier erneuern, das hier erneuern. Agentumdämmerung ist, glaube ich, auch in den Pestländern. Ich muss unbedingt gucken, dass ich ein bisschen Gold mache, weil ohne Gold keine Chance, unser Reiten zu bekommen. So, wo sind denn hier die Wachtürme? Da ist die eine Festung. Also wenn ihr ein, wenn ihr hier so ein Brummen im Hintergrund hört, unser Nachbar kriegt gerade Öl. So, kann ich da reingucken? Ja, von der Seite nicht. Wo ist denn hier der Eingang? Hä, hä, hä? Ja, ich will da jetzt nicht hoch und dann ist es nicht der Wachturm. Der Eingang ist hier drüben. Ja. Dann können wir ja da bestimmt jetzt reingucken. Da ist gar keiner drin. Wenn ich das richtig sehe. Nö. Hier ist auch kein Seher. Also nächste Wachturm. Gut, bei dem müssen wir nach oben. Das ist zu weit entfernt. Ja, ist gut. Die Häscher sind eigentlich recht einfach gewesen. So, bevor ich da reingehe, gucken wir erst noch da drüben. Ach, komm. Also, da drüben gucken. Da ist der Eingang auch hier drüben. Ist das auch ein Wachturm hier drüben? Auguhr. Das kann natürlich auch ein Wachturm hier sein. Ähm. So. 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 okay ja dann muss einmal außen rumlaufen um zu mir zu kommen ist dann liegt er fast was das tiefenschreider suche okay kein bock mich jetzt hinzusetzen so kommt man da hoch also dann geht es da hoch wieder da muss man den hier jetzt noch killen ansonsten kommen wir nicht hoch wegen dem einen meter es steht den auch noch aber hier ist auch kein seger dann wird es wohl der wachtung hier sein und fahren und wieder wieder respawn oder noch nicht nur noch nicht hallo du bleibst mal schön weg mit dir habe ich nichts am hut so augur ja aber trotzdem im auge behalten nicht dass er hier wieder zurück nicht dass er hier lang geht so wenn ich richtig gesehen habe sind hier wieder einem ist da hinten auch noch ein wenn ich richtig gesehen habe sind hier oben eine menge von diesen hier von diesen teufelsamt betern da ist einer kann ich noch nicht wirken warum kann ich das noch nicht wirken so einmal hinsetzen ja gegen die teufelsamt beter will ich nur voll direkt entgegentreten und wieder nach oben hier dürfte keiner mehr sein auf der ebene da ist einer da ist einer und da sind sehr okay also sind wir hier richtig so kann ich stehen von hier aus angreifen aber den hier kann ich von hier aus angreifen ok moment stück runter ein stück nach moment wie kann ich den zeitsteppen machen so ok jetzt nur noch da drinnen die beiden naja so sehe ich es nicht eben hat man schön gesehen sonst hätte ich mal kurz geguckt was für ein level die haben so immer noch nicht jetzt 31 33 jahre billig so so jetzt bleibt es noch du übrig zepter des lichts bekommen sehr schön wenn ich jetzt hier runter springen ich es erstmal kurz weil dann komme ich nämlich genau darüber raus weil hier stehen nämlich schon wieder der respawn ja so viel leben hat es jetzt nicht gekostet also ich hätte auch so runter springen können egal gut dann zurück bis abgeben und dann sind wir hier hoffentlich fertig na siehst du mich er sieht mich er sieht mich haha viel spaß beim außen rumlaufen wir sind eine menge luft elementare bestimmt müssen wir die als nächstes dann killen und wenn es aber hier sind eine menge mobs die überhaupt nicht in quest berücksichtigt werden so da hoch abgibt tschuldigung die quest nehmen wir morgen an